Nächster Norweger, Fabian Wilkens, Solheim, der 26-Jährige, hat sich ebenfalls in die Top 30 der Riesensauen-Hierarchie nach oben gearbeitet. Vor allem Dank des wunderbaren 14. Ranges in Adelboden. Letzt gewinnt. Rückstand oben, sehr gross. Wir können nur spekulieren, kann mit dem Wind einen Zusammenhang haben. Ja, er ist ein Riesenspezialist. Parallel ist er an ziemlich stark. Er hat auch oft eine Stütze gewesen im Team-Event für die Norweger. Er war ja Team-Weltmeister mit dem norwegischen Team 2021. Tempo unter 90, Rückstand riesig. Und das wird dann schon ziemlich schwierig mit einer Qualifikation zum zweiten Durchgang. Also wenn die Piste hier nicht komplett kaputt geht, was wir nicht hoffen...